Marius, was scheint das? Ja, wir brauchen ein glutenfreies Rezept für den Treibach. Wir haben gesagt, dass viele Menschen glutenfreies sein werden können. Ich kann mit den Metfäulen und nicht ganz so ein Wort von Jund. Die haben gesagt, dass sie das bloß nicht verdrehen können. Sie sind Celiac und es ist wichtig, dass sie das tun. Aber ich habe viele Rezepte geprüft, zum Treibach merken glutenfrei. Und ich habe das noch niemals nicht so ein Fähn gelegt. Das ist ein Wort, das wir zu brauchen, aber nicht das Wunder wird. So, von der habe ich geprüft, ganz was anderes, was ich noch niemals geprüft habe. Und wenn man das Dampf machen kann, dann haben wir uns alle tief versiebt. Und dann sollte ich mich endlich mal eine Zwei machen. Weil von meiner Familie da eine Fähne, eine Dichte, eine Bühne machen. Oder ich war so schön, frisch im Ofen. Und dann würde ich mich so gerne machen. Und dann den ganzen Pfoten abschmehren. Und dann bloß Hängerschlacksen. Und dann mache ich so ein Tor. So, das konnte er nicht so. Von der war ich ein Twei mitmachen von Ries. Hat er vielleicht auch geprüft? Vielleicht nicht. Wir wollen das Taub tun. Das ist der Ries, das ich habe. Das sieht nicht, was vorne ist. So, das wird hier zwei Koffeln. Und dann soll ich dort ein Wutter. Das sieht nicht, wie viel Wutter. So, bloß so viel Wutter. Das kann ich fern anbieten. Und nicht wenigstens zwei Stunden. Erre eben nach. Erre eben nach. Und dann werden wir das aufziehen. Das werde ich hier nun aufziehen. Und jetzt habe ich das. Das wird dann meinen Blender. Und das Ries da nehmen. Und dann wollen wir dort ein kleines Päschen aus einem Koffel Wutter nehmen. Ich hoffe, das wird gemilch sein. Und ich wähle ein Eetlepel Saka. Die kann dort auslöten, wann die wählen. Die kann auch so ein Saka aus die wählen. Ech der Saka ist das. Das ist das Beste für mich. So, das ist was ich da mag. Und mit einem Teilepel Salz. Und ein Teilepel Heave kann jetzt sein. Und zwei Eetlepel Schmulz. Echter von das. Jetzt werfen wir jetzt. Die erste Beste. Und jetzt wollen wir anfangen mit der. Ich mag mal mit zwei Hände sein, dass wir das nicht richtig werden können. Ich kann nur ein Stütz hier einschauen. Und das ist noch etwas grumlig. Und das soll nicht auch grumlig sein. Und ich weiß nicht wie lange, wenn ich das hier mag, so steht es. Könnte ich mir schon mal sagen, Kaffee trinken, Schlupen gehen, Merk-Schlupeln, ich weiß nicht. Wollen wir ausfangen. Nach einmal. Ich möchte erst alles klein, was ich bete. Aber, tja mal, das ist alles gut. Das ist grömmlich für mich. Na ja, ich hatte nur einen Stilz hier. Ich kann nicht sagen, wo lang. Aber das lassen wir doch ein bisschen beten. Nicht ganz so grömmlich. Und die wurden anwohlen, dass die Thier ein bisschen warm wird. Und die würden das vielleicht nicht derben. Aber, das sagt, das soll nicht warmer werden als 105 Fahrenheit. Ich hatte nur einen Stilz hier. Ich kann nicht sagen, wo lang. Die wollen bloß machen, wenn ihr das wollen proben wollt, Aber, wo ihr bloß machen könnt, wenn eure Färse lang ist, dort ein bisschen nur eine Suppe lohnen wird. Ich fand hier auch Angst zu wollen, dass die auf einmal eine riesige Scheiße ist, oder? Dort ist es noch 99. Ich glaube, ich war noch ein klein, klein bisschen länger. So, nicht gleich, ich möchte vor euch sein. Mir, äh, das ist mein Grätschopf hier ab einmal ütgebotet. Kein Säun, doch Licht, doch Plink, doch. Das ist eigentlich bloß, das ist genug. Ach, sein Meid. So, dann machen wir das nächste Stilz. Oh, das soll dann gilt sein. Wir wollen uns das hier ein bisschen vermassen. Mit, äh, doch, weil mit so einer Schmutz ist gewähln. Das kann ja, das ist das. Und, äh, wir sind hier bloß mit, äh, das Backpapier näher, dass du nicht, was ich sage, auf den Backen ist, sondern gewähnt, wenn ich da glutenfri, äh, äh, das, äh, das, äh, das, äh, weil, äh, man weiß, dass ich, äh, wenn ich, äh, so, äh, 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 dann wollte ich verheben, was ich denken an das. So, wo wir das hier hern gehen, äh, äh, das Lat, äh, ein Glas, äh, äh, ich wollte nicht, ist das so, erst ist das so, oder, wie wollen, übfen. äh, das wollte ich hier bloßen, stilz die Stunde looten, dat soll gielen, wenn ich soll hafte Heben machen, so, wo wir das bloßen bestie bedeuten, und dann soll da n klingbeastie abgehen. Na ju, äh, ich kann das hier looten gehen, wie in der Stunde, und, dat, laut mi so, dat soll schaufen, dat, äh, 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 ein bisschen schlitterig und dann sage ich, dass ich ein bisschen Wurde nehmen und ein bisschen Klingfässchen bestritzen. Woran weiß ich nicht, aber irgendwie, dass es sein wird und das Wurde. Ich werde so eine schöne Träume, wie Kamil, mein Butter hier rein. Ich hoffe, ich schmier mich nicht an. Und mein Oven ist heute, dort ist drei, saßen fertig und nun werden wir dort nähren. Hier, wo wir uns dort nähren saaten. Und sagen wir, dort soll wie eine halbe Stunde backen. So, ich kann mir dort hier eine halbe Stunde verraten. Jetzt habe ich gemerkt, dass es wär mir ein bisschen. Zum Glück wird das sein, ob er erst vierviertig Minuten in den Ofen gewaßt. Und schmacklaatet noch nicht. Das wollen wir doch wissen. So laatet. Letztes, was ich hier habe, Eidbeben gegeben. Und ich kann nicht gerade die Hoppen nehmen, aber ich werde hier mal rücken nehmen und dann, wo wir sein. Ajo, kik. Badstock. Dort ist eine hohe Tiegel. Ich kann auch noch nicht füllen, was ich hier habe. Hier, ich habe das nicht verflucht. Ich denke, das wird ein bisschen klein und ein bisschen drauf gebacken. Das klingt besser, aber dann habe ich mir vielleicht auch einmal Schändlichsäure Butter verquost und wenn es schön schmeckt wird, dann würde es auch nicht wert sein. So, nun wollen wir proben. Das Lied hält den Fass. Zum Glück, ich habe mir ein Kleenpäschen verknirrt. Mir hängt Schändlichsäure ab. Ich sollte nur das machen, dann bin ich vielleicht verhungert. So, seid ihr bereit? Jetzt ist mir ganz schön. Ekel. 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 Ich wollte davon vergeben, aber ich konnte nicht. Ich konnte nicht mehr schlafen, ich konnte nicht mehr schlafen. Und ich wollte nicht nur den Tag nutzen, sondern ich wollte es noch einmal proben. Ich habe meist alles zu selbst, aber ich habe verheer, weil ich eine riesige Bandschraube schlafen. Und dann habe ich das in den Worte gelassen, eben nach. Und was ich dann habe, ist, dass Leute dort in drei Stunden abkommen. Und es steht die eine Stunde. Nicht, dass dort in den Säugröten ungescheut werden, sondern es wird ein klein bisschen locker. Und ich bin ausgefahren und ich konnte es verdrehen. Ich glaube, dass ich mehrmals habe, dass das Fleisch schließlich wird sein. Ich werde Fleisch nach dem gleichen. Wenn du genug Partner hast. Aber das habe ich heute gemacht, wenn du nicht mehr wohnen möchtest. Für sieben, bloß Tachloten. Aber ich habe gesagt, ich habe nicht viel. Aber das habe ich heute gemacht. Wenn du es probierst. Wenn du es probierst. Wenn du nicht, dann musst du alle eben Zeit schmieden. Und dann davon vergehen. Aber ich wollte, dass ich noch eine andere Säbe fangen. Und schließlich war ich es auch. Das war wir top. Und wenn wir ein paar Säbes haben, wird es nichts zu sehen. Dann schmieden wir es gut. Wir waren frisch. Aber das habe ich mir vergenommen. Ich wollte nicht versuchen, dass ich das in einer Säbe fangen würde. Das würde feine Tachloten geben. Das könnte ich versprechen. Vielleicht soll ich nicht. Aber ich wollte es probieren. So, für uns ist es nicht für euch. Ich wollte Tachloten von dir probieren. Aber ich habe viel zu tun. Und ich wollte die Tachloten fangen. Und der Dach flitzt mir hier sehr, sehr vorsichtig vorbei. So, ich wollte bloß gucken. Wir säugen uns weiter. Und euch.